Mehr als 300 teils hochrangige Politiker sowie zahlreiche Prominente aus der ganzen Welt sollen ihr Geld in Steueroasen untergebracht haben. Das ergibt sich aus einem vor einer halben Stunde veröffentlichten gigantischen Datenleck, enthüllt von einem Team aus 600 Journalisten in 117 Ländern. Genannt werden unter anderem der König von Jordanien, der ukrainische Präsident Zelensky, der tschechische Regierungschef Babiš sowie der ehemalige britische Premier Blair.